Die Känzerlehrer sind so. Die Känzerlehrer sind so. Einmal drehen. Also die dann bitte einmal drehen. Warte mal. Die lässt sich so. Man kann Schränke stehen. Normalerweise würde man da plötzlich neben den Schränken, dass man da noch einen Stuhl rummachen kann. Oh mein Gott. Der kann sich hier in der Känzer sein. Da kommt man wieder durch. Die Ecke kommt auch nicht wieder durch. Er hat sich beim Känzerlehr ankleidet. Ostern hat sich beim Känzerlehr ankleidet. Ostern? Ja. Da kommt er dann. Und die Teile. Ja. O. Oh Gott! Atta! Atta! So klingt das ja nicht Spock-Spieler. Atta! Atta! So klingt das ja nicht. Das ist guter bei Schick. Man weiß nicht ob man eine Waffe der Schaufer hat oder nicht. Zuh, zuh, zuh! Das ist guter bei Schick. 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 Okay. Ja, okay. Cool Seed Generator. Seed Generator? Wie? Random? What the fuck? Relative skill. Cool, Vicky hat 10. Wir haben alle eins. Hüffeln? 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 Hä? Okay. Wir kennen ja die... Ja, aber wir kennen uns ja besser als das. Hm? Ich würde es als komisch, vor Tagen über den Ölisch zu ziehen. Was kann denn sein, dass es so auskommt? Hm. Wir kennen die ja besser als 1 bis 10. Nein, wir kennen ja eigentlich schon. Ja, aber manchmal ist Blut, dass man eigentlich nicht mehr... Deswegen falsch sieben ist ja auch keine Lope. Das kommt ja jedes Mal an, oder? Ich mach 10. ... und dann war ich ja, das ist ein Bier. Ja, das ist ein Bier. Ja, das war ein Bier, ja. Ich weiß nicht, was ich schon... Hm? Und der Ölisch ist jetzt 8. Ah, das ist ein Bier. Oh, ist das ein Bier. Ja, ich hab ja auch ein Bier. Ah. Ja, das ist ein Bier. Das ist nicht auf Tieren. Ich habe es nicht auf Tieren. Das ist ja so gut. 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 Das ist ja 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 gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I don't think I can survive this. Fuck. I don't think I can survive this. 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 Vielen Dank. 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 No. Yes. No. 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 Das ist der Haft, das ist der Haft, das ist der Haft. Willkommen zu Euro Special Edition, today we're just doing Destroy the Targets. We've decided the competitive is being too boring, so we're just doing the single player campaign mods. Wait, you just... Oh, okay. You've got to be slippy. Every second game says, oh, it's not a game, it's like a camera. Oh, Jesus. Wie genau muss das sein? 10. Okay. 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 So, wie ist es? Wir wollen ein bisschen weniger Leute heute, was wir gedacht haben, wir müssen schätzen, wie er alles kommt. Da nehme ich das Streamer, ich meine die Player hier. Das ist der Grund, auf dem ich Mailer komme, wenn er das Spiel ist. Krass. Oh. Das ist eine Stunde geil, dass der immer denkt, dass das Spiel ist. Ja, der hat nur jetzt das zweite Game, das hat direkt ausgeschaltet. Das hat kein Game. Achso, der ist jetzt nur auf dem Game. Man weiß auch nicht die Zeit. Oh, stimmt. Ne, ich hab gerade den Überall ausgeschaltet, deswegen. Ach, schade. Dann ist das Zeitpunkt. Das ist ein ganzes F**k. Oh. Ja. 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 Und so ein Bahnfernseher zu filmen ist halt auch scheiße. Es ist gut. Aber ich hab das einfach halt mit der F**k. Ich hab doch halt mit H**k. Oh, ja. Überall das hier mal. Oh, ich hab das vor. Ja. Oh, er geht's. 5'57 an? Das war live. Du bist live? Ja, aber es ist Zeitpunkt angezeigt. Aber es war ein 5.57 Uhr, los geht's. Okay. Alright, guten Tag, guys. Alright, welcome. Pause matches. Welcome, welcome to Yido 148. Even those that haven't posted it. Thank you so much for coming and playing and being awesome. A applaud for you guys. Alright, we're gonna start with a stream match between both Target and Ify. Oh my shit. Welcome back. Otherwise, we're gonna have Marley with Magic. Yes! The Peach Tiddo, Young-Urrich, Marv. Yeah! Let's go. Nickstrap, Nace. NRW-Man, Tablis. Orsjung, Pink Bart. And third goal. And one bye for Niki. Alright, everything by the 5, of course. Oh! FD is counterpart. Oh no, was that a Q? Ah! Ah, it's on me. No, it's on me. I'm too late. It's already... Great. She's right. Nice. Yeah, good. Okay, good. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich habe ein bisschen Sachen ausgepackt. Ja, ich habe ein bisschen Donkey Kong gespielt. Welches? Donkey Kong in Melee. Ah, achso. Also einfach actual Melee Donkey Kong. Vielleicht kommt er heute auch raus. Mein DK geht ziemlich hart. Das ist so lustig, aber du konntest ja früher auch öfter mal Donkey Kong in Melee Donkey Kong, wo es glaube ich noch in Melee Donkey Kong war. Ja, alte Berlin Tradition. Das ist die Luft hier. Der macht dich zum Donkey Kong. Okay, even Match. Ify mit einem soliden Lied gerade. Ich möchte auch, ich glaube ich gehe kurz bei Marley gegen Magic zu gucken. Weil gegen den Gewinner muss ich spielen dann nachher. So, oder? Ich glaube gegen den Gewinner davon muss ich. Können Sie mal kurz nachschauen? Bin ganz oben. Ja, okay, dann schaue ich mal, wie man nicht spielen muss. Ja, okay, dann schaue ich mal, wie man nicht spielen muss. Ja, okay, dann schaue ich mal, wie man nicht spielen muss. Ja, okay. Das ist natürlich Super Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Oh. Ich wusste, dass du ja dann bist, aber ich lasse dich nicht. Oh, auf der Plattform, das ist schlecht, oh. Und das waren mal eben 70%, 79. Wie seidest du mal mal? Eine der Siebe-Kombo. Ey, deswegen hat er glaube ich auch nicht mal, das ist einfach die mit so einer 2D-Modell-Plattform, wo man nicht mehr rauskommt. Ja, das ist wirklich schade. Oh, aber tötet Absintheit auch bei 60%. Also Fox. Okay, vielleicht nicht 60 bei mir. Oh, okay. Es hat ja bisher so was, wenn man nicht so die... Oh, Mann, wie lang Wofar es geht. Gegen Puff ist er sehr gut, um Edge-Covern, aber Fox ist ihm vielleicht zu schnell. Oh, okay. Oh, die schöne Fähre, die nach vorne hittet. Gute Hitbox. Bei 170%. Oh, okay. One Piece. Das war die Firecrafts, man. One Stock a Piece. Solange es funktioniert. Oh, dann Jump ist Martha's Stitch. Da reicht noch Fuchs. Seht nicht aus wie ein Lastag. Die beiden schenken sich hier nichts und gehen voll rein. Auch wird er so vorsichtig gespielt. Oh, lass ihn vorhören. Er redet die Landung. Dash dance the away. Und wow, das war die langsamste Kombo der Welt. Hat er sein Jump schon verbracht, oder? Man, du wirst doch mal aus der Woche auslösen. Martha ist so scary, weil er so eine riesen Range hat auf einmal. Er läuft, er tippt dir einfach hinterher, er walkt dir slow hinterher und mit einem S-Match covert er so eine riesen Range auf einmal. Weil selbst dein Walk ist ja riesen schnell. Der We-Run ist aber auch interessant. Hm? Der We-Run ist jetzt auch interessant. Oh, oh, interesting. Hat er Game 1 gewonnen? Nein? Das heißt, der We-Run hat Game 1 gewonnen, hat er vieles woanders ingegangen. Äh, Elif? Okay. Ja, schön. Ja. Uh. Loschis tötet seinen sofort. Ja, deswegen. Das war auch gerade. Ja, da hab ich ja wirklich. Kannst du sein. Nur? 3-0 gewonnen. Gegen Mario. Okay. Gegen Nick. Nick Stratus. Nick Stratus. Gegen die Stratusphäre. Nicht Stratusphäre. Nicht Stratusphäre. Nicht Stratusphäre. Nicht Stratusphäre. Nicht Stratusphäre. Er liebt mir das Stratusphäre. Aber Oos hat es die Bündige gesehen. Spannend. Er meinte. Ich hab keine... Er meinte? Oos hat man? Nein. Nichts meinte. Wir haben mal gesehen, okay, Hamburg ist der Siebter geworden. Vor allem ja. Ja, ja. Nein. Ich bin Fünfter. Ich hab ihn besiegt. Ich bin Fünfter geworden. Wait, what? Ja. Oh. Letztendlich bei Arpedia haben dich gegen ihn gewonnen. Letztes Jahr. Es war das Turnier, ja. Es war das Turnier, ja. Und er macht es zurück? Aber er war auch der Turnier. Er war auch der Turnier. Er war auch der Turnier. Achso. Und ich bin Fünfter gegen ihn. Ja, lol. Okay. Sauber. Mein Begeschäft. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und so. Oh. Oh. Es war das. Es war das. Es war das Feuer. Es war das Feuer. Oh. Es war das Feuer. Es war das Feuer. Ich bin ja wo du das. Gute Idee. What? Gucken wir mal, ob noch heute es da ist. Ich glaube, wir haben noch ein letztes Mal. Ja, jetzt haben wir wieder geholt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.